Ich bin Pepper Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Ich präsentiere meinen ersten Trick. Bra, bra, bra. Ich bin übertrieben, weil ich dich ja bra. Oha! Ich brauche nur eine. Das war ein sauberer Trick, den hätte ich nicht besser hingekriegt. Wie? Nein! Möchtet ihr noch einen Trick sehen? Nein! Die klappt nicht! Nein! Oh, das war ein geiler Trick, also den muss ich mal probieren. Aber Wutz arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Was machst du denn da, Papa? Was arbeitet denn Papa Wutz eigentlich? Die Zeichnung zeigt, was später alles gebaut werden muss. Achso, er ist Bauinrichter oder was? Mathe Mann! Ich glaube, da fehlt noch was, Papa. Siehst du? Wozu genau brauchen sie einen Türm und einen Katapult? Herr Wolf und seine Familie ziehen in ihr neues Zuhause. Mal schauen, wie stabil es ist. Ich huste und ich proste und ich... Hält. Hm. Es ist stabil. Und woraus ist ihr eigenes Haus gebaut, Herr Wutz? Nuni! Es war anscheinend nicht so... Es ist stabil. Es fliegt bloß schnell weg. Also es ist nicht stabil genug eingegraben. Oh! Ohohohoho! Das ist nicht klar hinterher! Ich scheiß mich ein, alter Geil! Kannst du mich anschubsen? Nein! Ich huste und poste dich lieber an! Oh oh! Oh oh! Die Bezirkung muss sich nochmal klar machen, dass es eine große Infektionsfälle geben wird... Ja, Rechter! Wieso sollen die denn eine Maske anziehen, wenn der pustet oder das, die, die Banz bohr... Nein, 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 damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte, die Schaukel dreht sich jetzt mit 50 Cent ein Stück um den Kreis, Alter. Und dass dann irgendwann klatscht und kaputt ein Tod ist das alles, was ich dir am Polig-Ding. Oh, na gut, das kann passieren. Oh, super. Wahrscheinlich schaffst du es gar nicht beim ersten Mal. Luzi hat alle geimpft. Oh. Weil Schorsch so klein ist, darf er näher rangehen. Ich hätte nicht, oh, scheiße. Irgendwie passiert das immer, wenn die Bolings spielen, ne? Ich würde gerne Autorennen spielen. Ich baue ein Rennauto für Schorsch. Gut. Das ist der Schuppen von Opa Wutz, in dem er sagt... Wieso immer Oma Wutz? Der hat einfach aus dem Schuppen geschmissen. ...repariert. Was hat der nur mit Opa Wutz, Alter? Geil. Das ist jetzt so ein Ding, was nicht mehr fehlen darf. Ich möchte nie mehr diesen blauen Panzer abkriegen. Alle schon bis 15 zähl? Ja. Eins, fünf. Ich wusste es. Hervorragend. Da oben war es so schön, dass mir die Worte fehlten. Du bist zu zweit, Alter. Wieso ist der bis 18, Alter? Papa Wutz hat Essen. Die fressen schon mit der Nudeln mal angekocht. Uwe! Manfred, Essen kommen! Spaghetti Tata! Leckere Nudeln! Für die ganze Familie! Uwe! Manfred! Essen kommen! So schwingt man nämlich wirklich rüber. Ja. Bahn frei! Achtung, fertig, los! Hui! Guckt alle her! Ich fliege wie... Oh, gleich tot! Das war doch nicht mehr hoch! Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Sieht man das? Ja. Ach, ich liebe es, Angel zu fahren. Ich auch. Ja. Wer liebt das nicht? In verdammt noch mal fast jedem Spiel, wo du angeln kannst, kommt der Fisch. Ganz besonders beliebt bei Animal Crossing. Scheiße, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr noch nicht getan habt und abonniert. Die sind verabschiedet mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.